Hi, ich bin Chimera und willkommen auf meinem Kanal. Das ist mein erstes Comedy-Video und ich will gar nicht viel reden. Viel Spaß beim Video. Und zwar schießen wir los. Die erste Situation, die wirklich jeder kennt, ist selber Bett machen. Ich glaube, ich sage einfach gar nichts dazu, sondern ich zeige es euch einfach. Ich glaube, jeder muss es irgendwann mal machen. Niemand mag es. Ich mag es ein bisschen, muss ich zugeben. Ich bin ein ordentlicher Mensch. Und zwar putzen. Ja. Eine andere Sache, die wir wirklich, glaube ich, nicht können, ist kochen. Ich meine, als Mama schmeckt man irgendwas in den Topf rein und es kommt immer was Gutes raus. Wenn ich versuche, was zu kochen, ja, ihr seht es. Heute machen wir Spaghetti Bolognese in der Dose. Alles, was ihr dazu braucht, ist Spaghetti in der Dose, einen Dosenöffner und einen Topf. Also, los geht's. Zuerst müsst ihr die Dose öffnen. Wenn ihr es schafft. Hallo. Was ist das? Klamotten zusammenlegen. Ich glaube, ich brauche nicht mehr dazu sagen, oder? Also, wir haben zwei Arten, wie wir es machen können. Ihr müsst mir nur euer Geheimnis verraten. Dann können wir es auf die sanfte Tour machen. Aber ihr, ihr wollt es anscheinend auf die harte Tour. Na los, verratet mir euer Geheimnis. Na schön, dann in die harte Tour. Und zu guter Letzt natürlich tanzen. Was? Was? Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo schenkt und Daumen nach oben gebt. Und natürlich, weil ich neu auf YouTube bin, konstruktive Kritik wäre für mich sehr wichtig, dass ich weiß, was ich noch was verändern kann. Und ja. Und wenn ihr mich besser kennenlernen wollt, ich habe auch ein anderes Video dreht. Und zwar einfach so, um mich kennenzulernen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.